Jetzt müsste es gleich hell werden. Jupp, und schon wird's hell. Hm? So, jetzt noch den anderen Adler, da ist er. Ja, das ist er doch, oder? Ja, das ist er. Kriegt jetzt auch einen Leichenschauhaus-Termin. Hey, noch ein Adler? Ich wusste gar nicht, dass er noch ein Adler ist. Ich muss mal schnell nachgucken, was das für ein Level ist. Wo ist er hin? Level 18, oder was? Ne, Level 10, noch schlimmer. So, dann ist es wie tot. So, dann hat er Bock mitzumachen, Quetzelsuche. Hm. 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 Wie, wenn ich das, was ich haben will. Wieso könnt ihr nicht einfach 49? Na gut, am besten 52 oder 60 oder 70 gleich sagen. Hä? Ist das so schwer? Nächster Vogel tot. Ach, du willst mich doch verarschen, ey. Ne, klar, ich gebe mir noch Schroffeln drüber und er schießt sie alle. Daher. Guck. Taher. Okay. Ach. Ichstand, vielleicht hätte ich mich nicht nur noch, die gucke, aber, was das? Das ist doch gut. Das ist doch guuuuut. Ja, und ich geh jetzt wieder Quetzel suchen. Oh man, ich hab Hunger. Und ich geh vielleicht mal zur Fleischfresshändel. Das ist doch gut. Ich hab mich an. Ich hab mich an. Ich hab mich an. Da gibt es wohl echt keinen fliegenden Troutan mehr. Da gibt es wohl echt keinen fliegenden Troutan mehr. Wegen der Troutan, wo bist du? Mensch, zeig dich doch nur einmal. Sollte Dich, der Troutan mehr, wenn du nicht aufschließt. Der Troutan mehr. Sollte Dich. Sollte Dich. Sollte Dich. Sollte Dich. Sollte Dich. Irgendwo hier muss doch ein Fliegeladruht dran sein Hmhm Oh, ein Liderstrahl. Den hole ich mir, glaube ich. Verdammt. Ich wäre schon bei der alten Basis sogar. Ich habe immer kein Linksboot angesehen. Okay. Okay. Gegen der Truthahn. Wo steckst du? Willkommen im Stream. Und wieder einen Kühlersattel. Hey. Okay. 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 Mal gucken, ob ich hier was finde auf diesen beschissenen Geschwingen. Ja. Ich glaube, die uninteressiert nicht. Vielleicht gehen wir zum Launch 3 mal gucken, vielleicht gibt es da etwas ordentliches. Da gibt es ja manchmal richtig gute Sachen raus. Du du du. Äh, willst du mich verarschen eigentlich langsam hier? Äh, ist doch eigentlich nicht normal. Uh oh.